Mein Name ist Tim Fröhle, ich bin der Organisator hier von der VillageCon und ich bin sehr zufrieden als Organisator. Jetzt in einer Stunde gibt es auch den Special Act, das sind die Blues Brothers, die noch eine halbe Stunde Vollgas geben werden. Dann geht es Richtung Thema IT-Fachkräftemangel und dann nähern wir uns auch schon den Ende und dann gibt es die Aftershow-Party mit DJ und Saxophonist und dann können wir, glaube ich, in einem schönen Rahmen die Veranstaltung auch abschließen. Ja, hallo, mein Name ist Stefan Macke, ich bin Referent hier auf der ersten VillageCon in Vechta zum Thema moderne IT-Infrastruktur und eigentlich geht es bei dem Thema darum, wie auch Kleinunternehmen es schaffen, wenn sie neue innovative Geschäftsideen vielleicht haben, gerade für mobile Anwendungen oder für Web-Anwendungen oder auch das Internet der Dinge, wie zum Beispiel mit so einem Raspberry Pi hier, wie diese Unternehmen es schaffen, diese Anwendung auch mit möglichst wenig Anfangsinvest online zu bringen. Mein Name ist Peter Klenkel, Geschäftsführer der PKS Design for People. Wir sind mit unseren Kommunikationsmöbeln hier, wir haben uns zur Aufgabe gestellt, diese Möbel zu digitalisieren, also einen Mehrwert zu schaffen, Möbel mit Technik zu verbinden, mit Software zu verbinden und zeigen auch heute, dass man ein Kommunikationsmöbel, was mit Menschen kommuniziert, auch digital, softwaremäßig sicherstellen muss mit der Firma Sofort, unserem Fachberater Friedrich Burdes hier vor Ort und ja, ich wünsche allen viel Erfolg dabei!